Was ist die Stunde in der Cerebrale und was hat die Führungsschweiz? Die Geschichte Cerebrale unterstützt in der ganzen Schweiz. Die Menschen mit der Cerebrale, die Lebensbehindlung und ihre Familie und ihren bestimmten Projekten für den Reichen, und manchmal auch Freizeit für die Qualität, und die Finanzierung, die wir jetzt noch spenden. Jetzt sehen wir im Hintergrund bereits den ersten Schritt, ich habe ein paar Schritten, die kommen jetzt gleich wieder her. Wenn ich hier runter schaue, und ich habe jetzt etwas gesehen, was sind das heute Freizeit? Mein Leiter ist ein Plattform aufgerufen, so dass man getroffen hat, in den Kölnstuhl kann raufkommen, und das Freude ist, dass der Umgang mit sich einfach raufkommen und das Gericht hält das, und man kann diesmal nutzen, was bis jetzt eben nicht möglich ist. Und das Ganze würden wir auch heute in den Abend geben. Pro Monten sind alleine, jetzt haben sie sich hier engagiert, um einen von den wichtigen und grossen Formen und kommunizieren, von den Eisbleitern. Was ist das Projekt für uns? Wir wollen in der ganzen Schweiz Eisbahnen ausstellen, mit einem Eisbleit, den wir kaufen wollen. Und der Eisbahnen kann uns zufrieden stellen, bei einem Eisbahnen-Einstein, wo wir auf keinen Fall geben dürfen.